Ich bin ein Sparakel. Was? Hochbinde. Ein bisschen Druck. Wie läuft es, Hermin? Bis jetzt wäre erstaunlich gut. Ein riesiger Aufwand. Neue Herausforderungen. Aber es macht Spass. Sehr zufrieden. Als IT-Profi, was sagst du? Perfekt. Es läuft alles. Und wir relaxt. Du schaust hinter der Kamera. Perfekt. Die Girls unter dem Filmen. Perfekt. Und der Birmin rollt umeinander. Mit einer Kultstudie. Irgendjemand muss es ja machen. Unglaublich. Hast du alle Geräte immer drauf gehabt? Immer online raus? Ja, es sind einfach sechs Livestreams, die wir parallel haben. Oder fünf für jedes Gerät. Linus, was machst du hier? Ich mache alles. Ich bin für Tablets zuständig. Die Wertungsrichter können Noten eingeben. Ich bin für Webseiten zuständig. Fotos hochladen. Aushilfe beim Livestream. Ich mache alles. Das haben wir vorher gesehen. Der Christian Langeriecker Präsident ist ja weggegangen. Das war ja nur zum Zuschauen da. Er tut alles koordinieren. Koordinieren. Genau, ja. Ist das schwierig? Weil es ist kompliziert für dich jetzt so. Es geht. Es geht. Es ist... Ja, du hast halt Livestreams laufen. Und dann hast du parallel unsere Noten, die auch alles digital sind. Und darum können wir das eigentlich gut zusammen einbinden, oder? Auch ein bisschen speziell, oder? So ohne Zuschauer und so. Ja, das Feeling ist schon etwas anders. Aber immerhin kann man etwas machen, oder? Genau. Ja. So ein Langeriecker da. Der Chef steht da drin. Ja. Ja. Delegieren. Ja, ja. Weckhandfleitig. Und du bist der Speaker? Ja, ja. Weckhandfleitig. Alles. Und das ist immer so. Die Minimeisterschaft, wenn man das anschaut, organisatorisch ist Maxi. Das kann man schon so sagen, nicht? Das ist so, ja. Wirklich ganz professionell. Ja, ja. Jetzt hast du dort so eine Uhr. Um was geht das dort? Du hast jetzt 8.27 Uhr. Du hast jetzt auf den Wechsel, oder? Das ist meine Uhr, die stimmt. Ja. Das ist auf die, wo ich nach dieser Richtung gehe. Und die Turner gehört immer wieder Applaus. Was ist das jetzt? Ja. Wenn einer geturnet hat, dann klatscht. Weil sie hat es ja gut gemacht. Gut. Das ist ja schön, dass man trotz mangelndem Publikum immer Applaus gehört. Ja, sicher. Das ist ja untereinander unterstützige Schau bei den Turnern. Du, wie lange sind Sie jetzt dran, um das vorzubereiten? Ja. Ja. Das wäre jetzt nicht so lange. Ein paar Monate. Ein paar Monate gleich, gell? Du Christian, wie lange sind Sie noch mal dran, bis Sie das alles zusammen haben? Ja, also wie wir sagen, offiziell Monate und inoffiziell sind es ein paar Nächte. Das ist eine gewisse Erfahrung da. Und eine super Stimmung. Du kriegst immer wieder Applaus. Du hast eigentlich beim Racken jetzt nicht gerade fertig sein. Ich gebe dir einen super Applaus. Ja, es ist natürlich schade, wenn die Eltern nicht ihren Kindern fähnen können. Aber die Spähnchen wollen sich unterstützen mit dem Applaus. Aber die klatschen zu Hause, die Eltern? Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, also gemäss Klicks haben wir gleich ein paar Zuschauer auf dem Livestream. Und das ist natürlich absolut genial, oder? Wir sind ja da schon fast schweizer Fernsehmässig auf Wege, oder? Also selbst würde ich sagen, eher noch besser. Wenn man so die Zeit anschaut und alles drum und dran. Eingangskontrolle, danach oben die ganze Logistik und so. Also meine Meisterschaft ist wirklich immer maxi, gell? Das kann man schon so sagen. Ja, ich glaube schon. Es hat sich langsam zu einem recht grossen Anlass gemausert, ja. Tschüss. Frau Spaniolo, Frau Büchel, wie läuft das jetzt, wenn man da rein kommt? Man muss sich da einscannen und kontrollieren. Darf nicht alle Leute haben, die nicht einscannen sind und eingeteilt? Ja, ich habe es festgestellt bei mir selber. Das hat man sich dann unterstützt. Das hat man sich als App heruntergeladen. Also wirklich super. Ich denke, jetzt kennt man sich ein, gell? Und dann weiss man, wer da ist. Ja, genau. Man muss nachfolgen, wer da gewesen ist und wer nicht, ja. Und ohne gibt es keinen Zutritt? Ja, ohne gibt es keinen Zutritt. Ausser der Christian erlaubt es. Eine strenge Gesundheitsangestellte vom Spital, gell? Du weisst nicht, da kommt die Sicherheitsbestimmung, gell? Natürlich. Natürlich. Wie ist das? Hast du die speziellen Zu- und Umstände jetzt so? Nein, es ist spät ungewohnt. Vor allem wenn man ja schon lange wohnt, ist es immer so. Ja. Es ist spät traurig, dass es keinen Zuschauer hat, ehrlich gesagt. Gell? Ja. Ein bisschen komisch, gell? Ich bin jetzt einsam, ehrlich gesagt. Aber sie sind voll motiviert, gell? Ja. Tee, fahsch an! Tee! Noch schwierig, gell, die Bewertung? Ja. Und jetzt gehen eure Punkte gleich weiter hoch? Nein, also jetzt wollen wir es halbieren. Genau, ja. Und wie könnt ihr nachher in die Zentrale? Hier über die App. Was hast du gekommen? 79, 78, 85. Alles durchorganisiert, oder? Es muss, ja. Und das war Hannah, oder? Genau. Anstrengend, oder? Ja. Du bist ja selber K5, gell? Machst Wettkämpfe nicht mehr? Nein. Aber ist es fast anstrengend, oder? So zum Filmen, zum Tunnen? Ja, ist beides aufregend, ja. Ja. Und was du sagst als K5? Kannst du noch etwas bewerten? Ist gut gewesen, das Blum? Ja, ich finde es schon, ja. Ja? Ja. Achtung mit der Kamera, ich möchte jetzt mal dringestanden sein. Du, ganz eine kleine Frage. Ja? Ist es eine Uhre? Ja. Unterland und Schahn, Oberland, gibt es da Konkurrenz? Hm, nicht gross. Nicht gross, ja? Nein, wir trainieren viel miteinander. Wie ist es das zum Turnen? Ohne Mama, ohne Papa, ohne Zuschauer? Wie ist das? Ähm... Ich würde sagen, schön. Ein bisschen speziell, gell? Ja. Ja. Ja, ich finde es schön. Weil wenn ich eine schlechte Note habe, dann... Aber sie sehen sie? Ja, aber wenn ich eine schlechte Note habe, dann sehen sie es nicht. Ein Mal zu machen zu Hause, oder nicht? Ja, aber sie sehen es dann nicht so direkt. Hey, was hast du noch dabei? Was ist das? Was da? Ein Waschbär. Ein Waschbär. Oh, der bringt dir Glück. Ich hoffe es. Bist du nicht freis? Ja. Und wie geht es so zum Filmen? Das können wir da alles. Was hast du ansteigen? Der K5? Turnen oder Filmen? Turnen? Turnen! Turnen! τε Braut. Ach du nicht! Ja, ich xin. dritte Car Und das zeigst du als Kaffee? Ja, gut. Hat sie gut gemacht? Ja. Vielleicht am Anfang der Handstand. Aber nachher war es sehr kontrolliert. Ja, habe ich auch gefunden. Und bei dir ist es mit Filmen schwierig? Es geht. Bei den Kleinen ist es einfacher als bei den Grossen. Aber im Grossen und Ganzen ist es sehr einfach. Aber du musst immer noch schön anfahren. Es ist schon anstrengend. Ja. Mal ganz etwas anderes. Mal ganz etwas. Mal ganz. Mal ganz. Mal ganz. Mal ganz. Mal ganz. Aber schon etwas speziell jetzt in dieser Situation. Ja, es geht eigentlich gut. Vielen Dank.